Freundlicheres Bild, die Rasenheizung wurde eingeschaltet, trotz leichten Schneefalls bleibt das Gras also halbwegs grün. Eine ganze Armee Einheit arbeitet an der Säuberung der tief verschneiten Sitzplätze. Unter den Soldaten haben wir auch einen Dynamo Fan gefunden. Rapizai keine schlechte Mannschaft, aber Dynamo spiele auch sehr gut. Ich glaube, dass wir gewinnen, sagt der Soldat. Das junge Dynamo Team hat auch viele junge Fans. Bis vor kurzem war Dynamo ja der Polizeiklub, sagt er, und ich wollte früher einmal Polizist werden. Jetzt bin ich einfach aus Gewohnheit Dynamo Fan. Er glaubt, dass Dynamo Rapid besiegen wird. Sein Tipp 2 zu 1. Rapid sei nicht der stärkste Gegner für Dynamo. Zwei Tage vor dem Spiel hielt sich der Kartenverkauf noch in Grenzen. Doch erfahrungsgemäß werden knapp vor dem Match die meisten Karten verkauft. Ein paar tausend Dynamo Fans kommen sicher trotz Schnee und Kälte. Und Championen. Ja, damit wären wir also alle eingestimmt und ich kann jetzt meine Kollegen bitten, nach Moskau zu schalten. Ich hoffe, es klappt alles. Und ich rufe nun meinen Freund und Kollegen Hans Huber im Lokstadion von Moskau. Es ist auch heute hier bitterkalt im Lokomotivstadion von Moskau, so geschätzt 6, 7 Grad minus. Dennoch besteht Trainer Ernst Tokubil darauf, dass die Rapidler nicht mit langen Hosen spielen. Warum eigentlich? Erstens hat es nicht 6 oder 7 Grad, es hat minus 1 Grad. Und es ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche, hier mit kurzen Hosen zu spielen. Es ist ein herrlicher Bohn. Und warum soll man den Gegner signalisieren, dass man friert? Wie schaut die Aufstellung aus? Wir spielen mit Konzl im Tor, mit Ivanov als Libero, mit Schöttl und Harz als Vorstopper, dann mit einem 4er Defensivmittelfeld, von rechts mit Kuki, Herauf, Jovanovic und Marasek, einem Offensivmittelfeldspieler Peter Stöger und mit zwei Spitzen Stumpf und Janka. Wie wird das Spiel angelegt sein? Eher vorsichtig? Nun, alles was jetzt im Europapokal noch kommt, ist zusätzlich. Wir können nur gewinnen und so wollen wir auch spielen. Wir wollen das heutige Spiel in etwa so anlegen, als ob es bereits das Entscheidungsspiel wäre. Das heißt natürlich, wir wollen versuchen ein Tor zu erzielen. Aber das wollten wir in Rumänien auch und ist uns nichts gelungen. Aber ich glaube, heute sind wir schon ein Stückchen weiter. Ja, es war ja diese Auswärtsschwäche bei den Auswärtsspielen im Europacup, die auffallend war. Sie glauben, dass die Mannschaft jetzt reifer geworden ist? Ja sicher, denn erstens sind wir reifer geworden und zweitens können wir jetzt nur mehr gewinnen. Und das glaube ich, baut die Mannschaft positiv auf und sie ist wesentlich ruhiger als bei den letzten Auswärtsspielen. Danke für ihn. Danke für ihn. Das warbei derdlesbringsten! In der activ darkesten durum, diese Eure contestsur Ich Напemню noch, dass es in 1985- Minsk Petersen�� gab es welche zusammenge 제� Container da haben. Die Neue Engelung ist in derzeit für concert vak váяти, Herr Franz, Herzlich willkommen hier im Lokomotivstadion von Moskau. Es ist kalt hier, aber diesen Rapid-Anhängern ist durchaus warm. Welche Gründe auch immer dafür gesorgt haben, vielleicht Vodka, vielleicht die Begeisterung für dieses Spiel. Die stehen hier mit nackten Oberkörpern und erfüllen sozusagen den Wunsch von Rapid-Trainer Dokupil, dass die Mannschaft hier nicht zeigen soll, dass es kalt ist. Und das zeigen auch die Fans, trotz Minusgraden, trotz Schnee hier rund um das Spielfeld, das durch eine Rasenheizung aber durchaus gut bespielbar sein wird für dieses Viertelfinalspiel. Sehr gut und hier die Aufstellung von Rapid, wie angekündigt vom Trainer Ernst Dokupil mit Konsol im Tor, Ivanov als Libero, Hatz und Schöttl und die Manndecker und im Mittelfeld dann Gucki, Herraf, Jovanovic und Marasek, Stöger und die beiden Spitzen Stumpf und Jank. Ganz Dokupil, der viel zur Gesundung dieses Vereins beigetragen hat. Und hier die Aufstellung von... In Russland hat die Saison also gerade erst begonnen, daher kein Vorteil für die Russen, denn auch Rapid hat er zweimal in der Meisterschaft gespielt. Dynamo Moskau ist sozusagen eine alte Bekannte im österreichischen Fußball. Zwei große Erfolge für den österreichischen Fußball gab es jeweils in der Tat gerade gegen Dynamo Moskau und zwar für die Austria in der Saison 1977-78, als im Semifinale gewonnen wurde gegen Dynamo Moskau. In einem sehr dramatischen Spiel im Weltmeterschießen ist die Austria aufgestiegen. Und damals im Finale hat er dann in Paris gegen Anderlecht verloren. Und auch Rapid hat sich schon einmal im Semifinale des Europacups der Pokalsieger mit Dynamo Moskau gemessen. Das war 1985. Rapid hat das Heimspiel 3 zu 1 gewonnen, auswärts dann 1 zu 1 gespielt und ist in das Finale ausgestiegen. Im Endspiel dann eine 1 zu 3 Niederlage in Rotterdam gegen Everton. Und der Einzige, der damals schon dabei war, der kommt hier als Kapitän der Hütteldorfer auf das Spielfeld. Nämlich Michael Konsl, der Torhüter, der gestern seinen 34. Geburtstag gefeiert hat. Hier das Schiedwichtertrio mit Bernd Heinemann an der Spitze. Er ist der Referee, er kommt aus Magdeburg, also aus dem früheren Ostdeutschland. Er gilt derzeit als der beste und souveräne Mysterium der Polizei und wie gesagt des KGB. Daher war die Mannschaft nicht sonderlich beliebt hier bei den Fußballanhängern. Die Blumen sind heute hier überall gesehen worden, denn es ist der Tag der Frau, warum da die Schiedsrichter und die Spieler mit den Blumen ausgezeichnet werden, ist nicht ganz klar. Es ist der Tag der Frau ähnlich wie der Muttertag bei uns und da gibt es für die Frauen stets Blumen. Und hier also auch für die Schiedsrichter und für die Rapid-Spieler. Rapid wird also mit zwei Spitzen diese Spielen beginnen. mit Stumpf und Ganker, der Mann, der dahinter für die entscheidenden Passis sorgen soll. Ich bin der Verlänger. Stöger. Paul kam von Nektarzen Mühe, so den Spielrhythmus zu finden. Rapid-Messungen ergaben. Rapid-Anhänger wärmen sich mit ihren Chorelen auf. 0 zu 0. Kopthun mit zur Nummer 3. Er muss sich um Janker kümmern, sonst ist er die Zentrale. Hier das vielleicht so wichtige Führungstor zu erzielen. Janker versucht mit seinem mächtigen Körper Platz zu machen. Immerhin 1,92 Meter. Ivanov. Und Stumpf. Die Aktion vor diesem Freistoß war doch verheizungsvoll mit diesem Bärscherl von Stumpf. Rapid scheint jetzt besser ins Spiel zu kommen. Stöger. Ivanov. Geholt Stefan Maracek. Zuletzt gesperrt gewesen in der Meisterschaft. Tourhüter Metanin. Auch eher der Kapitän seiner Mannschaft. Stöger. Erste ganz große Gelegenheit für Rapid jetzt in der 23. Minute. Schöne rausgespielt, schön vorbereitet von Janker. Und Gucki springt dabei über den Fuß. Stumpf zunächst. Dann Janker. Vielleicht war der Platz dort auch nicht ganz. Die Dynamo Fans versuchen für Stimmung zu sorgen. Das Feld noch Rapid ist es bisher sehr gut gelungen. Die Erraten diesen Kopfball von Karsten Janker. In der 28. Minute hier die Flanke von Gucki über der Abwehr. Janker Stumpf kommt zu spät. Aber die zweite ganz große Möglichkeit für Rapid. Die wieder mal ein bisschen arbeit für michael konto fast eine halbe stunde jetzt gespielt noch immer kein treffer gefallen die besseren chancen hatte aber rapid zwei möglichkeiten einmal durch kuki einmal durch janka und stumpf auch wenn das janka auch sehr oft in die abwehr mitkommt oder ins mittelfeld und aushilft strumpf der rege und jetzt auch der erste eckball für dynamo johannowitsch und schiedsrichter heinemann gegen 45 gegner hat er sich dadurch gesetzt mit einem haken und in der 34 minute erzielt christian sturm das 1 zu 0 für rapid hier im lokomotivstadion von moskau gegen dynamo hier noch einmal diese aktion und dann trocken verwertet von christian sturm der ja auch in der österreichischen torjäger liste im augenblick mit zehn treffern gemeinsam mit wastig führt sehr schönes tor von christian sturm man muss sagen wirklich verdient guter haken und dann verwertet der rapid hatte bisher eindeutig die besseren möglichkeiten als der gegner und jetzt steht es also in der 35 minute 1 zu 0 für rapid dritte tor von sturm im europa cup zwei ganz wichtige hat er ja gegen sport in lissabon erzielt eines zur verlängerung und dann auch eines in der verlängerung dieser dieser christian sturm sozusagen als notnagel geholt im sommer von rapid hat sich wirklich schon mehr als bezahlt gemacht für die hüttel dörfer die letzten fünf minuten vor der pause zunächst stumpf von stöger freigespielt dann maracek und janker bekommt den ball nicht unter kontrolle das wäre es gewesen knapp vor der pause ein 2 zu 0 janker wurde etwas zurückgehalten dadurch vielleicht nicht mehr an den ball gekommen rapid fans haben sich auch wieder angezogen am anfang haben sie mit nackten oberkörper hier ihre härte demonstriert und jetzt von schiedsrichter heinemann hat nur wenige sekunden nachspielen lassen rapid führt hier im lokomotivstadion von moskau gegen dinamo moskau durch dieses tor von christian stumpf in der 34 minuten mit 1 zu 0 ein sehr erfreuliches resultat bisher nach einer durchwegs ansehnlichen leistung von rapid in diesen ersten 45 minuten und ich gebe damit vorerst einmal zurück nach wien jetzt im neuen sportmagazin rapids geheime pläne für die champions league viele zweikämpfe gewonnen hier noch einmal dieses vergehen und kniehöhe attackiert kann nur eine gelbe kampf stopp da rutscht er weg natürlich noch auf einer starken seiner lieblinge der kleine dinamo anhänger der versuchte ist mit einem gewalt schuss schickt gemacht zeit und platz gewonnen er ist daneben ja jetzt hätte schon alles klar sein können für rapid mit einem 2 zu 0 vorsprung wäre wohl diese hürde nahezu genommen gewesen hier die aktion noch einmal janka alleine vor smetanin und er vergibt damit bleibt dinamo moskau im spiel er rand mit mit dem Die Träger lässt noch ein bisschen warten. Als was gegen die Ernst Dokobil, sucht seine Schäbchen zu sich. Die grünen Aufwärmjacken. Stöger. Jetzt auch. Stöger. Jetzt ist der vorbeigegang Stimm-Libero, in dem man sich jetzt schon einige Zweikämpfe liefert und der Abschluss. Stöger. Schüttel kommt. Janka. Diese Flanke war selbst für Carsten Janka zurück. Die beiden Feier können das keine Sähen von den Sinomo-Moska-Anhängern. Stöger. Nächste Möglichkeit. Die nächste Chance. Stöger. Janka. Stöger. Jakimowitsch. Hätte da bei... Was kann der Rasen dafür? Bei diesem Missverständnis. Stöger. Stöger. Nächster Versuch. Janka. Stöger. 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 Wieder Kuki. Noch immer Kuki. Und jetzt hat Rapid Glück gehabt. Der Ball landet an der Stange. da wollte ich jetzt auf einen elfmeter herausholen janka so und das müsste jetzt auch ein freistoß und auch eine gelbe karte sein jawohl schiedsrichter heinemann hält sie schon in der hand die schien also jetzt auch mit einer gelben karte und hier dieser stangen schuss von kobele ja das wäre bitter gewesen wenn rapid hier so kurz vor dem schlussbrief doch noch den ausgleich kassiert hätte und es hätte auch der leistung in diesem spiel keineswegs entsprungen jetzt haben wir noch eine möglichkeit für die hütteldorfer maracek mit dem linken fuß die letzte minute der regulären spielzeit noch einmal maracek einigen aktionen spielerisches können aufblitzen lassen hat viele chancen herausgespielt und das immerhin in moskau in diesem ersten spiel im vierten finale des europa cup der vokalsieger durch ein tor von christian stumpf in der 34 minute mit 1 0 und hatte noch einige gute möglichkeiten zu weiteren treffern 1 zu 0 also für rapid durch dieses tor von christian stumpf und damit eine hervorragende ausgangsposition für das retourspiel in 14 tagen im wiener ernsthappel stadion karten janker wird sich sicherlich ein bisschen ärgern dass er einige chancen ausgelassen hat 3 zu 0 wäre natürlich noch beruhigender gewesen die schiedsrichter holen die mannschaften von platz aber die rapidspieler die gehen sich noch bei den etwa 500 fans bedanken die hier stimmkräftig ihre mannschaft unterstützt haben bei diesem 1 zu 0 sieg durch das tor von christian stumpf in der 35 minuten rapid hat also alle trümpfe in der hand die welle für die fans von den spielern die hier aufopfernd gekämpft und 1 zu 0 gewonnen haben und die dinamo fans die sind zumindest nicht völlig unzufrieden mit ihrer mannschaft auch sie schwenken ihre schals und wir sehen hier noch einmal den entscheidenden treffer von christian stumpf die abwehr ausgespielt mit einem haken an 45 gegnern vorbei und dann ganz genau ins eck geschossen keine chance für den torhüter ein wirklich sehr schöner treffer von christian stumpf der damit neuerlich seine qualitäten unter beweis gestellt hat er hat ja auch schon zehn treffer in der meisterschaft geschossen so und während die fans hier abwandern warten wir auf die ersten interviews hier noch einmal das so erfreuliche resultat eingeblendet 1 zu 0 für rapid das ist der instand hier der ja auch schon zur pause festgestanden ist die rapid fans haben allen grund zum feiern 1 zu 0 in einem europa cup spiel ein auswärtssieg der sicherlich einiges an gewicht hat so und wir hoffen dass uns jetzt die regie die interviews einspielt christian stumpf steht unten schon bereit ein 1 zu 0 sieg der durchaus auch hätte noch die chancen genützt hätten wie karsten janker so und jetzt haben wir andreas belfer hier mit christian stumpf haben sie damit gerechnet hier in moskau zu gewinnen naja wir sind hierher gefahren sicherlich um dass wir verlieren ich glaube die manche hat wirklich heute von der ersten bis zur 90 minuten sehr gut gekämpft und ich glaube der sieg geht voll in ordnung was war denn ausschlaggebend dass ihr dieses spiel eigentlich dominiert habt der ausschlaggebend wir waren von der ersten minute waren voll konzentriert zweikampf verhalten war wirklich sehr gut heute und so war es nur meine fahrerzeit bis wir das tor machen habt ihr den gegner so eingeschätzt oder doch etwas stärker nein der trainer hat uns auf diese mannschaft hervorragend vorbereitet der funk gefahrer war voriges wochenend hier und hat sie hier angesehen wir haben alles auf video gesehen und der trainer hat uns schon auf die mannschaft wirklich heiß gemacht und dann gewusst in dieser mannschaft haben wir eine chance hat man als spieler am spielfeld eigentlich nach einer gewissen zeit das gefühl den gegner bockmann naja das gefühl habe ich eigentlich gehabt ist in der zweiten halbzeit sie haben zwar optisch überlegen aber es war eigentlich vor dem tor nie gefährlich es hätte eigentlich noch höher ausfallen können das sieht traut man den vergebenen chancen nach ja sicherlich aufgrund der ersten halbzeit hätten wir sicherlich zwei oder drei tor schießen können aber trotzdem wir sind sicherlich mit den 1 0 2 zufrieden ist das schon der aufstieg im semifinale aufstieg noch nicht aber es ist schon ein großer schritt in richtung semifinale sehr herzlichen dank herr stumpf jetzt kommt noch der trainer herr tokubil zu mir Sie haben die 90 minuten wir haben es auf zwischenschnitten gesehen eigentlich kaum gelacht können Sie jetzt lachen nach diesem 1 zu 0 triumph naja es ist noch kein triumph wir haben erst halbzeit natürlich kann ich lachen ich freue mich auch über das gute spiel meiner mannschaft aber drüber sind wir noch nicht wir haben noch das spiel jetzt natürlich das heimspiel wo wir den aufstieg schaffen können man kann zuversichtlich sein aber es ist noch nicht geschafft Was war denn ausschlaggebend dafür dass Ihre mannschaft so gut eingestellt war dass die nummer Moskau eigentlich kaum ins spiel gekommen ist ja es muss ich sagen es war eine sehr gute mannschaftsleistung sie haben taktisch sehr klug gespielt sehr gescheit gespielt und wenn sie die möglichkeit gehabt haben auch gekontert wir haben wesentlich mehr chancen gehabt als wieder gegner werden in der ersten halbzeit schon den tag zumachen können ist uns nicht gelungen entsteht uns noch ein schweres heimspiel bevor wo ich doch hoffe vor einem vollen stadion vor dem spiel haben sie gesagt dass die nummer moskau ein kollektiv ist war es heute eigentlich nicht umgekehrt dass ihre mannschaft das rapid wien das kollektiv war ja sicher nur hatten wir im heutigen tag sicher die technisch besseren einzelspieler wir haben in einzelnen bereichen sicherlich vorteile gegen diese mannschaft aber sie sind trotzdem ein kollektiv wir waren es heute auch wie sehr vertrauen sie eigentlich den vergebenen möglichkeiten nach denn es hätte ja gut und gerne zwei drei weitere rapid tore geben können naja das stimmt natürlich ich traue denen sehr nach eigentlich denn das heimspiel wird es noch einmal spannend jetzt werden wir beim heimspiel noch einmal alles geben müssen bei zwei drei toren vorsprung hier dann wäre es eigentlich gelaufen gewesen haben sie die moskauer eigentlich stärker erwartet oder hat rapid so gut heute gespielt nein ich möchte sagen wir haben heute wunderbar gespielt der gegner war hat eigentlich wesentlich weniger erreicht als wir von ihm erwartet haben das war durch unsere gute mannschaftsleistung da kann man wirklich zufrieden sein herr doch will recht herzlichen dank dass sie sich sofort zeit genommen haben für uns und ich gebe zurück auf den kündiglberg danke das waren also hans huber und andreas felmer heraus wie man hier sieht gefallen ist es öffnet vielleicht das tor für große gegner die im halbfinale warten die weiteren paarungen heute sind ja noch borussia mönchengladbach gegen feiernort rotodam ac parma gegen paris und als letztes spiel das beginnt sehr sehr spät wie immer in spanien das lokaltabel dort la coruña deportivo gegen real saragossa die fähigkeiten der männer ergänzen und das positivte für das militär auszuholen die fähigkeiten der männer ergänzen und das positivte für das militär auszuholen